Wir starten das Sternengrab nochmal auf schwierigster Schwierigkeit. Letztens habe ich es dort geschafft weiter zu kommen. Ich hoffe, dass ich es diesmal auch schaffen werde. Oh, die kommen mir schon richtig hart ran. Hallo? Wo ist der Typ? Was haben wir denn jetzt hier schon? Dann achten wir mal, gut. Ich werde mich jetzt schon schnell zurückziehen. Jetzt hört es doch mal auf so fett zu pushen hier. Ich weiß vom letzten Mal, dass der Anfangsbereich genau das Schwierige war. Okay. Ich sehe, wir werden schon in den Spawn zurückgedrängt. Können sie doch natürlich machen, wenn ich den Spawn zurückdränge. Ich weiß gar nicht, was die aus der Sturmgewehr kann. Aber wir werden einfach mal drauf fahren. Oh, wow. Oh, Sniper, Sniper, nicht gut. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Komm, Fähigkeiten. Okay. Oh, da ist ein Granaten. Da kommen schon die nächsten Granaten. Ja, der erste Vorsprung wird sehr lange dauern. Kann ich jetzt schon sagen. Ein Scharfschützengewehr hätte wahrscheinlich viel geholfen gerade. Aber ich kann ja von oben snapen hier. Die Waffe erhält doch nicht wirklich. Ich bin auch total auf Nahkampf ausgelegt. Machen wir halt mal Sturmgewehrschaden. Oh, machen wir nicht. Riskieren wir es. Wir riskieren es. Wir riskieren es. Okay. Ich weiß gar nicht, was mein Sturmgewehr macht. Ich habe es noch nicht mal im Chatbuch gelesen. Ich weiß gar nicht, was mein Sturmgewehr schießen. Slow and steady. Oh. Anscheinend explodiert das Gegner. Okay, wir hupfen rein. Das gefällt mir gerade gar nicht. Rückzug. Deckung. Deckung. Oh je. Oh je. Oh je. Uh. Ich habe ja noch mal einen Spezialmonihaber. Ich warte, bis mein verlangsamt Nutzfalle wieder da ist. Dann pushen wir rein. Okay. Wirklich. Oh je. Ganzer Rückzug. Oh je, die können mich hier snappen. Oh. Weg mit euch zwei. Oh. Gut. 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 Wir sind schon wieder ganz nach hinten gepusht worden. War keine Überraschung. ich nehme die Verlangsamungsfalle hauptsächlich damit ich Gegnerkugeln abfangen kann also lebst noch alles in den Rücken oh je oh ok wir haben wieder ein bisschen verschnaucht Pause bis zum nächsten Jahr göttliche Gegnerrunde da kommt da sind sie ja schon ah ich brenne wie cool ich glaube die Sniper wischen mich echt nicht auf die Wand da durch Rückzug kommt dann kommt er nicht ich schätze ich werde rein teleportieren dann ich habe alles auf Erholung von meinen Fähigkeiten reingesteckt ok machen wir den noch weg vielleicht und dann gehen wir wieder rein pushen zu den anderen dann haben wir die Hälfte der Anfangszone mit den schwierigen Gegnern überlebt die Hälfte dann kommt noch eine schwierigere Zone ja das ist die Solderfahrung ok und rein pushen muss ganz nach hinten wow ok das war schon viel zu knapp du als nächstes verdammtes Sniper du als nächstes und er rennt weg das ist ein Sniper da habe ich eine persönliche Vendetta Vendetta ok ok einmal Wasser trinken durchatmen Muni aufnehmen und die nächste Zone angehen die nicht leichter werden wird ich weiß es ich will gar nicht aus der Hüfte schießen hat das gepoppt nein hat er nicht nichts wurde gepoppt naja hat sein Schild gepoppt sehr schön ist er gerade teleportiert jetzt kommt der schwierige Teil die Sniper wieder hinten rauszuholen und ich bin voll auf Shotgun gelevelt ich meine ich könnte reinhupfen aber es war glaube ich schon öfters mal der Tod ich glaube ich werde trotzdem reinhupfen müssen und dann auf die Versuchung dann wieder abzuhauen wo ich da nach 10 Stunden noch nicht weitergekommen bin weil ich die ganze Zeit den gleichen Typen anschieße aber gerade nicht darf man kann den anzuschießen ich muss mal eine gute Fernkampfwaffe wieder finden ok pushen wir rein warum nicht kommen die her die Typen da haben wir was was ich anschließen kann ich mag mal einen Spotter gerade der wird verteidigt rückzug rückzug wie weit kommen die Granaten her da kommt kein Gegner ah habe ich meine Sachen ok jetzt wird reingehupft move da kommen wieder ein paar Pusher ach komm schon da bin ich nicht in Sicherheit jetzt wird gepusht jetzt echt ok ok der macht knappen schon am anderen jetzt kann ich pushen weg mit euch da ist ja noch was oh 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 nennen wir ein bisschen Moni mit jetzt kommen die Monster sollte normal der leichtere Dell werden aber Wasser trinken und nicht vollstreuen falsche Waffe ich weiß dass ich nicht mehr zurückweichen darf das sind schon ein paar große da geht es auch schon ab und die Party geht ab und ich sage hey ich habe keine Moni yeah wow jetzt sind die Übersicht verloren da gerade geschlagen die können das damit kann ich gar nicht erinnern dass die Back noch schlagen können welche Verbindlichkeit Verbindung unterbrochen nehmen wir am besten gleich ok ok was kommt jetzt Gegner Greifvögel ach komm müssen das wieder zwei rein ich muss hier raus wo komm schon lass mich teleportieren ah Mist oh oh verrückt fliegt oh nein nein ja ich nicht